Wir befinden uns im Jahr 360, spätes Mittelalter. Es ist Frühling, so gegen Osterende. Der kleine Klaas erblickt das Licht der Welt. Sein Vater, der ehrenwerte Bäckermeister Wald, Werner Wald, hält den kleinen Stolz im Arten. Mein Sohn, du wirst einmal unsere Bäckerei weiterführen. Der kleine Klaas war ein pfiffiges Kerlchen und als er 16 war und das ganze Dorf das Fest der neuen Kirchen feierte, erblickte er das erste Mal an, die jüngste Tochter aus dem Geschlecht derer von Stäuben. Sie war von geraden Wuchs, daher nannte man sie langläufig nur die Lanna-Anna. Ein gemeinsamer Tanz benügte, um die beiden füreinander zu entflammen. Doch am Abend musste Anna wieder zurück auf die kalte Saalenburg. Klaas träumte sich jede Nacht ihre schönen Augen, ihren zarten Jade-Use, wie sie sanft seinen Ring genatzt. Was? Und noch ihre adelige Herkunft machte diese Liebe unmöglich. Auf der Saalenburg herrschte Grabstäubel, Annas gefräßiger Vater, über sein Volk die Dunen. Er liebte nur zwei Dinge, Essen und Essen. Eines Tages schickte er nach seinem Schreiber. Derjenige soll die Hand meiner Tochter bekommen, der wie die, die die edelsten Süßspeisen serviert. Verkündete es im ganzen Land, schickt eine Delegation unter der Leitung von Außenminister Westervaner. Als Klaas davon hörte, probierte er Tag und Nacht neue Rezepte aus und schließlich offenbarte er sich seinem Vater. Doch, Vater, ich werde alles tun, um Anna für mich zu gewinnen. Mein Sohn, sei doch vernünftig, sonst wirst du noch deinen Kopf verlieren. Der alte Stolpen macht dich nie zum Schwiegersohn. Bleib hier. Nein, Vater, ich gehe. Na gut, ich hoffe, du kehrst zurück, noch ehe des Grimmers Hörn erklingt. Der Leidenschaft seines Herzens folgend schulterte Klaas sein Nackenbückel aus Nordleder und zog in die Nacht. Sein Nachtlager schlug er auf im Alten Walde. Plötzlich fährte wir und gebrüll. Herr Brüll. Gebrüll, gebrüll. Es waren die Missenwarenen. Eine pinstere Wande, die hier in Nordholzbüttel auskriegen. Sie dealten mit Drogen in Kokshafen. Damals hieß es noch Kokshafen. Ihr Anführer war der brutale groden Süderwisch. Was willst du hier im Alten Walde? Ich bin auf dem Weg zur Burg. Noch so einer. Du willst doch auch nur die kleinen Stäuben flügeln. Nein, ich liebe sie. Ach, kaffel dich nicht voll. Du wirst eh nicht weit kommen. Bitte verschonen Sie mich. Töten ihn. Auch wenn der Boy flieht. Sie zogen ihre Säbel, holten auf und... Plötzlich, ein Krenzli. Die Räuber flohen erschrocken. Es war ein... Elbe. Was? Ein Elbe. Ein Fabelwesen aus der anderen Relle bei Twellberg. Ein Elbe. Ach, mir wäre ja gekommen. Wer bin... Wer bist du? Etwa ein Engel? Nein. Doch nicht etwa ein Dursterheide. Nein, kein Heide. Ich bin gläubiger Muslum. Heiße Mietlum. Komm aus Dornum. Willst du? Willst du, mein Freund? Ich bin Klaas und auf dem Weg um den Wettstreit um die schöne Gräfin. Ach, dann bist du der betörte Becker. Dich suche ich. Ich habe eine Nachricht von Anna. Oh, lange Anna. Moment. Ich brauche meinen Spieker. Mein Geliebter, mein Herz sagt mir, dass du auf dem Weg zu mir bist. Niemand konnte bisher meinen Vater überzeugen. Aber ich glaube an dich. Elbe, deine Anna. Viel Glück, mein Kleiner. Pfff. Klaas schunderte wieder seinen Nackenbüttel und eilte über die Karrenberge. Weiter über das große Seenfelde. Oder so ähnlich. Es war schon Sonntag, als er das alte Land erreichte. Der Tag, an dem die Dunen in den Dünen dösen. Dunen, die in den Dünner düsen? Nein, nein. In den Dünen dösen. Dünen dös. Ja, dösende Dunen in den Dünen. Dann stand er vor der Saalenburg und er wusste, oben im Turm, da schmachtet Anna. Sogleich baute er sein Backbord auf und Bug backte den Gefräßigen des Brot täglich. Ein köstliches Neuwerk. Den feuchten Windbüttel, gefüllt mit gelierten Wannhüden. Den flammierten Ritzebüttel, den delikaten Brunsbüttel, aber die Krönung war der mit Vanillecremi gefüllte Padingsbüttel. Ja, doch, ja, an seiner ganzen Weile wurde Klaas ungeduldig. Herr Graf! Ritmisch, Ritmisch. Wann endlich wird Anna die meine? Etwa, wenn ich Ihnen die nächste Kugel backe? Vielleicht? Ja, aber wer bei A-Rentsch sagt, muss doch auch B-Rentsch sagen. Hallo? Bringt mir mehr Büttel! Und Klaas, Backbuck, backte ihm einen allerletzten Büttel, gefüllt mit Fischgräten und Angelhack. Herr Graf, heute habe ich Ihnen mein Meisterwerk gebacken. Was macht ihr das? Stickenbüttel! Noch ihr, Klaas, keine hat er befreien konnte, nahm ihn die Wärter fest und man verurteilt ihn noch an Ortenstelle zu Tode. Prrrr, das ist nicht fair, Mann! Am Tag seiner Hinrichtung versammelten sich alle am Strand. Gronen Süderwisch mit seinen Missbeharrten, der Außenminister Westerbanner, sogar die dösenden Dunenkappen. Und auch Werner Wald, sein Vater. Mein Sohn, ich bin so stolz auf dich. Vergessen wir unseren alten Bruch. Man gewährte Klaas einen letzten Mund. Er lief zum Strand, zum Wasser, kniete sich. Und als er dann die Nordseeküste am Plattdeutschen Stahl blickte er ein letztes Mal zum Turm der Saalenburg und dann verlor er seinen Kopf. Als Anna davon herfuhr, fühlte sie sich schrecklich schuldig. Von diesem Tag an backte sie sich jeden Tag einen dieser köstlichen Bütteln, die ihr Geliebter aus Liebe zu ihr kreiert hatte. Ja, so kam es. Das, was der langen Anna mit der Zeit die dicke Bär fangt. Hört ihn an! Frag ihn an! Freunde, wenn er heute Namen hört wie Ritzelbüttel, Pardinsbüttel, Brunsbüttel oder sogar Sticken, dann wisst ihr, hier lebten sie. Klaas, der entstörte Wecker und die lange Anna. Und die Moral von der Geschichte, alte Liebe macht kopflos oder dick. Kinder! Kinder! Applaus Vielen Dank.